In diesem Video zeige ich dir, wie du einen bis zu 60.000 Dollar großen, kostenlosen Trade eröffnen kannst. Das Ganze long oder short auf einen Coin, ohne dass du dein eigenes Geld dafür riskieren musst. Und das Ganze beginnt schon im kleinsten Maße ab einer 300 Dollar Einzahlung. Und mit einer solchen Positionsgröße in irgendwelche Altcoins reinzugehen, wäre natürlich, wenn das Geld geschenkt ist und ohne Risiko auf Eigenkapital besteht, eine immense Chance in diesem Kryptomarkt jetzt diese Altcoin-Games natürlich nochmal zu vervielfachen. Die ganzen Details verrate ich dir nach dem Intro. Und damit natürlich herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bekomme ja hier mit meinem YouTube-Kanal, dank euch, dank euren ganzen Klicks und dank eurer Aktivität auch im Bärenmarkt, immer wieder Anfragen von verschiedenen Kryptobörsen. Und ich bin kein großer Freund, irgendwo Werbung zu machen, sondern meistens irgendwo eine gute Aktion zu suchen, die man nutzen kann. Ob es irgendwelche Airdrops oder Coin-Launches sind, bei denen man Profite machen kann, auch manchmal gibt es Kryptobörsen, die extrem gute Promotions an den Start bringen. Und diese einfach mal zu nutzen und zu sehen, ob man da Gains machen kann, ohne sein eigenes Geld zu verzocken, ist mir eigentlich ziemlich recht. Und bin ich auch dazu bereit, ein Video zu machen. Und genauso war es jetzt, als mich BingX angeschrieben hat. Da war ich eigentlich wenig daran interessiert. Ich bin auch nicht interessiert von zum Beispiel BitGet, wo ich viel trade und selber aktiv handele, zu wechseln. Weil ich dort natürlich zufrieden bin und es gibt keinen Grund für mich eine andere Börse zu nehmen, außer ich bekomme dort etwas geschenkt. Und ich habe jetzt ein Angebot rausgeknobelt. Und ihr könnt den ganzen Chat mit dem BingX-Mitarbeiter durchlesen. Ich habe euch den veröffentlicht. Ihr könnt wirklich die ganzen Verhandlungen und alles hier 1 zu 1 nachlesen. In der neuen Krypto-Gruppe gibt es hier kurz diesen Einschnitt. Da könnt ihr wirklich alles nachlesen, wenn es euch interessiert. Weil ich habe eine richtig krasse Einzahlungsaktion von dieser Börse zur Verfügung bekommen. Und das Ganze kann man so weit ausnutzen, dass man eine bis zu 20.000 Dollar Position einmal kostenlos eröffnen darf für 24 Stunden. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, durch Trading-Volumen eine zusätzliche 40.000 Dollar Position eröffnen zu können. Das ist aber definitiv nur etwas für erfahrene Trader, die wissen, was sie machen, bevor man hier wirklich Eigenkapital verwendet, um das Trading-Volumen zu erreichen. Lieber nur beim Einzahlungsbonus bleiben. Der kann wirklich einfach verwendet werden. Und wenn du ein wirklich professioneller Trader bist, dann kannst du natürlich nochmal 40.000 Dollar in Positionsgröße erreichen. Und die ganzen Details zu dieser Aktion erkläre ich dir hier in diesem Video. Natürlich, die Börsen sind daran interessiert, dass man eine Einzahlung tätig ist. Und das ist hier schon ab 300 Dollar Einzahlung in USDT möglich. Das Ganze wirklich beachtet das Schritt für Schritt. Es ist nur mit USDT möglich, bei dieser Aktion teilzunehmen. Und sobald man hier diese Größen erreicht von Einzahlungen, bekommt man einen USDT Trading-Bonus. Und diesen USDT Trading-Bonus, der ist schon richtig stark, weil er vor allem dann mit einem 10x-Hebel für 24 Stunden laufen kann. Nach 24 Stunden wird die Position automatisch geschlossen. Und man hat hier bei einer 300 Dollar Einzahlung zum Beispiel 100 Dollar Bonus. Mit einem 10er Hebel ist das schon eine 1000 Dollar große Position. Wenn man da zum Beispiel auf einen Short-Position setzt oder irgendwie was wie Pepe oder irgendeinen anderen Meme-Käum extrem long geht, kann man das natürlich vervielfacht. Und ganz wichtig zu beachten ist, diese Einmalzahlung ist nur für neue Nutzer gültig. Ihr müsst euch neu und nur mit dem Link in meiner Videobeschreibung registrieren. Das ganze Event ist bis 12. Mai möglich. Bis dahin könnt ihr zum Beispiel eurer Frau oder eurem Nachbarn oder wem auch immer einen Account erstellen lassen. Das Ganze wichtig zu beachten ist, dass das Ganze nur für Neuanmeldungen gilt bis 12. Mai. Also jetzt von diesem Video an noch 10 Tage möglich. Wenn du schon einen BingX-Account hast, dann kannst du zum Beispiel deiner Frau einen oder sonst jemandem einen erstellen. Sie müssen das natürlich selber im besten Willen machen. Und man muss das von einer anderen IP-Adresse machen. Also ein Haushalt, ein WLAN-Router, da funktioniert das nicht. Die Börse schaut natürlich explizit darauf, dass nicht jemand 10 Accounts erstellt und das zu viel ausnutzt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel der Nachbar und du machst mit eigenen WLAN, dann können es zum Beispiel auch zwei Accounts sein. Und mit diesem heftigen Einzahlungsbonus kann man dann natürlich zu zweit zum Beispiel beides irgendwo in Coin longen oder shorten oder was auch immer. Da kann man dann wirklich die reinen Profite rausziehen. Sollte man den Trade verlieren, ist nur der Bonus weg und nicht das eigene Geld. Ich zeige euch auch dann später, wie man den Bonus claimt. Und den Bonus bekommt man erst 10 Tage nach der Einzahlung. Und in diesen 10 Tagen, ganz wichtig, darf man nicht auszahlen von der Börse. Weil die Intention dahinter ist ja nicht, dass einfach Leute kommen, traden wie verrückt, die Gewinne auszahlen und die, die verlieren, nichts verlieren. Sondern, dass natürlich man die Börse kennenlernt und zufrieden damit ist und die gerne nutzt. Und es ist eigentlich schon eine Werbeaktion. Aber bis zum soweitigen Punkt ausgereizt, dass eben der maximale Benefit für jeden neuen User da ist. Ich bekomme weder ein Fixum, das ist mir ganz wichtig, bin hier nicht bezahlt für irgendeine Meinung, sondern ich habe einfach eine Anfrage bekommen und gesagt, ja, ich mache es gerne, wenn ihr halt einen fetten Depositbonus einholt. Und ich habe mir den selber geholt, ich habe selber von meinem Femex-Account einer zentralen Börse, habe ich mir selber 10.300 Dollar rübergeschickt. Die sind auch bei Bing X angekommen, also ich habe hier mein eigenes Geld verwendet. Ich habe keinen irgendwas Vorteil gegenüber einem normalen User und ich werde meinen Bonus in diesem Video jetzt live claimen. Dazu könnt ihr hier bei diesen Benachrichtigungen reingehen und dann nach 10 Tagen nach dieser Einzählung bekommt man die Nachricht ausgestellter Bonus. Dort in diesem Notification Center geht man dann einfach rein und sieht, okay, ausgestellter Bonus jetzt ansehen, 10x Leverage Bonus. Dieser ist bei mir jetzt 2.000 Dollar groß und hier steht auch nochmal 10x Hebelwirkung verfügbar. Diese Belohnung, geöffnete Order wird nach 24 Stunden automatisch geschlossen und ihr könnt dann auf jetzt verwenden klicken und euch ein Trading per Aussuch. Ich zeige euch das jetzt mal. Natürlich, man kann da einen sehr normalen Coin nehmen, 20.000 Dollar ist 0,66 Bitcoin, große Position. Wenn die nach 24 Stunden geschlossen ist und der Bitcoin hat nicht viel Bewegung, ist auch weder viel Gewinn noch, ja, der Verlust ist dann eh egal, aber es ist nicht viel Gewinn möglich. Das Gute ist, bei Bing X gibt es jetzt auch schon, da könnt ihr in der Suchleiste eingeben, den Pepe Coin. Und Pepe ist dafür bekannt oder zumindest in den letzten Tagen so viral gegangen, weil der einfach so viel Volatilität bietet und so unglaublich krass gestiegen ist. Natürlich, mit einer 20.000 Dollar Position hier irgendwo reinzugehen, da kannst du sogar einen 6-stelligen Profit rausholen. Und achtet darauf, das ist alles nur Bonus und man verliert nicht das eigene Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn natürlich der Trade in die Hose geht, na gut, dann hast du halt keinen Profit gemacht, aber dein eigenes Geld ziehst du halt dann wieder von der Börse ab, wenn du sie nicht weiter nutzen möchtest. Der ist jetzt ganz frisch und wirklich die erste Börse, wo der jetzt auch mit Hebel handelbar ist. Das Ganze ist auch noch nicht lange verfügbar, da seht ihr der Chart im Perpetual startet hier erst seit dem 2. Mai um 0 Uhr circa. Also wirklich die erste Börse, wo das mit Leverage geht und hier mit einer 20.000 Dollar Position am Start zu sein, ist halt brutal wild. Und angenommen, du und dein Nachbar, ihr geht einer Short, einer Long, nach den 10 Tagen, wo der Bonus getriggert wurde, einer gewinnt dann. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen dazu bekommen. Die Leute in der Telegram-Gruppe haben diese Information natürlich schon ein bisschen vorher bekommen, ist aber natürlich nicht wichtig oder nicht sonderlich ein Unterschied. Ihr habt 10 Tage Zeit. Innerhalb dieser 10 Tage könnt ihr einzahlen und ab eurer Einzahlung, das könnt ihr auch in 9,5 Tagen machen, geht der Counter 10 Tage lang, wo das Geld drauf sein muss. Und ab diesen 10. Tag ist der Bonus dann claimbar, wie ich schon gezeigt habe, im Notification Center. Eine Person eröffnet man dann im Endeffekt hier den Hebel, kann man mit diesem Bonus, der wird dann auf 10x schon eingestellt sein, 10x Long, 10x Short bestätigen. Man kann dann die Markteinstellung nehmen für sofortiges eröffnen der Position, das würde ich in dem Fall auch machen. Den Betrag für Payback kann man dann mit diesem Schieberegler, seine USDT, für den verwendeten Trade nehmen. Das Ganze muss man aber auch beachten, die 2.000 Dollar sind für einen einzigen Trade. Du kannst jetzt nicht großartig viele kleine Trades damit machen. Ein einziger Trade ist damit möglich, 20.000 Dollar groß oder bis zu 20.000 Dollar groß. Wenn du 300 Dollar einzahlst, sind es auch immer in 1.000 Dollar Positionsgröße. Dann kannst du einen Take Profit oder Stop Loss einfügen. Der Stop Loss ist im Endeffekt eh der Minus-Totalverlust, 2.000 Dollar weg vom Bonus. Und dann den Take Profit kannst du aber auch laufen lassen, bis die 24 Stunden um ist. Danach wird automatisch geschlossen. Dann kannst du die Aussuchen Long eröffnen. Du setzt auf den steigenden Kurs des Paper Coins oder du setzt auf Short. Und kannst auch zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin shorten, wenn du von einem Crash ausgehst. Ich würde aber wirklich dazu raten, die maximal volatilsten Coins zu nehmen. Also genau das Gegenteil von einem vernünftigen Trader kannst du hier jetzt ausnutzen, weil dein Risiko quasi nicht da ist, sondern nur die Upset da ist. Maximal hast du halt deine 5 Dollar Transaktionsgebühren, wenn du zur Börse schickst und wieder rausschickst. Dort sind natürlich die Gebühren zu beachten. Ist aber jetzt keine dramatische Sonstwas-Falle für irgendwelche Transaktionsgebühren. Das ist natürlich auch wichtig. Dementsprechend, so funktioniert das also mit dem Position eröffnen. Das ist allerdings in 10 Tagen und solltest du irgendwelche Fragen haben, kannst du gerne in unsere Krypto-Gruppe kommen. Dort haben wir extra auch eine Trading-Gruppe. Wenn du eine Frage hast, gerne mit einem Screenshot dort reinposten. Ich bin dort sowieso immer online und ich glaube, es kann dort auf jeden Fall jemand helfen. Für die Fragen, die ich schon bekommen habe, für diesen Bonus. Was darf man denn, wenn der Trade mit dem Bonus USDT 10x nach 24 Stunden geschlossen wird, behalten? Beispiel, ich zahle 3.000 USDT ein, bekomme einen USDT-Bonus. Bei 3.000 Dollar wäre der Bonus allerdings schon ein bisschen höher. Das können wir uns genau anschauen. Bei 3.000 Dollar wären es 600 Dollar Bonus. Mit 10er Hebel wäre es eine 6.000 Dollar große Position. Dann können wir hier noch die Frage weiterlesen. Setze dann den 300, also 600 Dollar Bonus mit 10x ein, also einen 6.000 Dollar Trade. Szenario, sagen wir nach 24 Stunden, bin ich plus minus null auf dem Preis gesehen. Also meine Position ist dann immer noch 3.000 USD wert. Darf ich dann die 300 Dollar Bonus behalten? Nein, die verschwinden dann wieder. Nach diesem Verwenden, da ist die Position geschlossen. Du bekommst den Bonus, den Einzahlungsbonus nicht, nur die Gewinne daraus. Das ist ganz wichtig. Und dann noch die Frage, den Bonus kann man nicht aufteilen, also Hälfte Long, Hälfte Short. Den Hedge, der natürlich sehr schlau wäre, darf man nicht machen. Das kann man leider nicht tun. Das ist nur für eine Position. Ihr könnt dann natürlich, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben oder gerne in der Telegram-Gruppe selber noch fragen. Dann natürlich noch die gute Frage mit dem Link. Das ist der oberste Link in der Videobeschreibung und ihr bekommt im ganzen deutschsprachigen Raum nur über meinen Link diese Aktion. Das ist, weil ich jedes Fixum, jede Bezahlung abgelehnt habe. Aber ich bekomme nur die Trading-Gebühren. Ich glaube, 40% davon bekomme ich von den Trading-Gebühren, die ich verursache. Die zahlt man normal sowieso. Also bei meinem Link teilt ihr die einfach mit mir. Also die Sache ist die, nur bei meinem Link geht das. Und wenn ihr einen Account erstellt habt, KYC gemacht habt und jetzt zum Beispiel 3.000 Dollar dort einzahlt, es ist auf der Startseite kein großer irgendwas drauf. Also hier, dieser Link ist es. Die Startseite ist jetzt weder mit diesem Bonus beschrieben oder sonst was. Es sieht ganz normal die Bonusseite so aus zum Start. Ich habe mich da schon registriert, aber etwas kurz. Diesen Frame blende ich euch ein. Steht da mit 5.000 Dollar Bonus. Über meinen Link getrackt gibt es trotzdem diese spezielle Aktion und nirgendwo sonst. Wenn ihr jetzt schon einen Account habt und damit zufrieden seid, könnt ihr den natürlich lassen. Ihr müsst, wenn ihr diese Bonusaktion trotzdem nutzen wollt, mit einer anderen E-Mail von einer neuen IP-Adresse diesen Account erstellen. Und dann ohne KYC ist dieser Bonus möglich, solange es eine frische IP ist, eine Einzahlung tätigen. Und das geht dann nicht einfach von Bing-X-Konto zu Bing-X-Konto, sondern ich würde das auf jeden Fall auf ein Wallet transferieren, auf eine andere zentrale Exchange ist und dann auf das frische Bing-X-Konto. Sonst sehen die, okay, das will einfach jemand, der schon bei uns ist, ausnutzen. Und hier sind wir als neue User im Endeffekt für diese Bonusqualifikation dabei und nicht für bestehende User. Aber theoretisch könnte es dann auch die Frau über das WLAN vom Nachbarn gemacht haben. Theoretisch, aber wir wollen natürlich diese Börse absolut gut heißen, weil die Aktion ist richtig krass. Ich habe selber depositiert, weil ich das eigentlich gut finde. Bevor meine 10.000 Dollar jetzt irgendwo sonst liegen, sollen die mir hier diesen Gratis-Bonus einfach erwirtschaften. Und wenn es eben sowas ist, dass man Papercoin hier, den man absolut normal mit Leverage nicht angreifen sollte, hier mit einer Hebelposition fetzen kann. Absolut mein Ding. Dementsprechend, das ist auch schon dieses ganz kurze Video. Erklärt hoffentlich ein bisschen schnell. Aber wenn du Fragen natürlich hast, gerne in die Kommentare, gerne in unsere Telegram-Gruppe. Dort kommt es natürlich auch über den Link in der Videobeschreibung rein. Und dann sehen und hören wir uns, die Grids, die ich zum Beispiel eröffnet habe auf Pepecoin, laufen auch schon wie wild. Die glühen und sind wirklich gut dabei. Ich habe hier zum Beispiel auch Grids offen. Innerhalb von unter 24 Stunden ein paar laufen lassen. Krasse Renditen mitgenommen. Und es gibt natürlich auch noch ein paar noch wildere Leute, die hier wirklich diese ganzen Shitcoins mit Gridbots laufen lassen. Diese nutze ich selber bisher nur auf BitGet. Und da gibt es auch jemanden, der auf den WoJack-Token, wenn du da zum Beispiel 1.000 Dollar reingegeben hättest, dass gestern in den Gridbot, in Stablecoin, hättest du mal fast 90% Profit schon rausgezogen. Also ganz, ganz viele Sachen sind ja möglich. Einen Gridbot darf man leider mit diesem Bonus nicht erstellen. Das ist nicht möglich. Aber es ist auf jeden Fall schon mal praktisch, einfach so einen Trade for Free zu nehmen. Das war es zusammengefasst auf jeden Fall mit dieser ganzen Info. Einfach hier unten anmelden, euren Deposit tätigen und in 10 Tagen habt ihr einen Bonus und könnt euch das Video hier nochmal ansehen, um die ganze Anleitung zu finden. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall viel Ruhe für den Markt. Viele Games mit diesen Meme-Coins und vor allem mit Bitcoins. Schauen wir, dass das Ganze einfach schön vorüber geht. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder den Bonus noch nicht erhalten hast nach den 10 Tagen, schreibe mir gerne auf Telegram auch eine persönliche Nachricht mit deiner User Identification Number. Dann kann ich das direkt zum Support weiterleiten. Dann habt ihr da wirklich den 1 zu 1 Support, den ich auch erhalte, weil das sonst bei manchen Usern vielleicht ein bisschen dauert. Also das war es auf jeden Fall. Ich wünsche euch wie immer Happy Games. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.